Ich zocke den Emulator nur, weil eigentlich stream ich kein Kokon, da ich das wie gesagt nicht kann. Also, ich würde so ein Soginal streamen. Ja, ich habe aber einen E3er und ich muss auf einer so alten Mainboard rumgeiern, dass ich nicht mal einen Hack spielen kann. Ich kann nicht mal Kai'So spielen. Oh Gott, das ist echt mies. Ja. Wunderungsweise, GTA 5 läuft flüssig wie Sau. Das ist sehr, sehr komisch. Hallo, wie zu schön bist du da? Und zu Reset oder was? Ja, ich habe keinen DC. Diese Sekunde da. Ach, ein Endivier. Das hätte ich lieber gehabt als ein Sospros. Endivier? Ja. 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 Pflanzen-Pokémon sind meine Lieblings-Pokémon. Deswegen hasst mich Drake. Er liebt Pflanzen-, äh, Wasser-Pokémon. Ich liebe Pflanzen-Pokémon. Und der gute Markus, Playing Markus ist ein Feuer-Typ. Ich wollte gerade sein, ihr habt alle keinen Geschmack aus der Markus jetzt. Ich weiß was jetzt. Feuer habe ich mich hier umfreunden können. Ich mochte Feuer am liebsten von allen Typen. Mir ist meistens Wasser. Nur jetzt bei der neuen Generation nämlich definitiv baut's. Die Eule ist bei der Gen 7 oder was? Ja. Was willst du da nehmen? Baut's. Wer? Baut's den Pflanzenstarter. Ja. Du meinst, die Eule. Ja. Baut's, baut's. Ach, die Eule. Ich kenne, ich kenne, ich kenne, ich kenne, ich kenne die Namen noch nicht. Tut mir leid. Alles gut. Ich habe nicht die Möglichkeit gehabt, die Demo anzuzocken, weil meiner Tochter ist der DS hinübergegangen. Oh. Und ich musste meinen DS abgeben dafür, dass sie überhaupt zocken konnte. Das ist mies. In der Demo kam aber die Start war gar nicht vor. Nee, du hattest Quaiouzu vor. Wollt's auch sagen. Das weiß ich. Was? 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 Ein Lampi. Lampi. Was? Warte, habe ich jetzt im Wald schon einen Pokémon gefangen? Ne, ne? Nee, im Wald noch nicht. Okay, dann fange ich jetzt einen Flamli, wenn es geht. bitte bringe es nicht um bitte bringe es nicht um bitte bringe es nicht um bitte oh mein gott dankeschön das ist ja eigentlich dein randomizer wie auch deine nasselok selbst die regeln machen und sagen nicht das erste pokémon fangst du bis zum dritten pokémon weil du es kann immer sein dass du es tötest ja ich habe jetzt so gemacht wenn ich es töte ist es da bist du es zu Ende ich habe ein Film gefangen in dem bald ins Play ist weil ich mein cooles Puppen immer wieder wenn sie noch zur Route 22 gehen ne da muss man Backtracking zu machen was er hat registriert ok ok und setzt Explosion ein GG oh mein gott mein Dings hat's überlebt ahhh ich liebe dich Raikou Raikou? ja ja kein Wunder Explosion ist nicht effektiv gegen Elektro ja trotzdem ich bin paralysiert dazu noch also dass ich das alles überlebt habe Raikou ist paralysiert? ja von was bitte von glaub das war Donnerschock oder so Donnerwelle meinst du oder Donnerwelle ich hab grad selbst keine Ahnung ich bin grad einfach nur glücklich dass mein Raikou überlebt hat da wird da wird der der Es ist mir vollkommen egal, stirb du Klumpen. Mann, das ist nicht cool. Ich dachte so, ja bestimmt hat's irgendwelche coolen Attacken. Hilft mir jetzt. Nein, glaub ich, bloß hat's von Anfang an Platscher. Oh Mann. Ich hab verloren schon wieder, Mann. Okay, jetzt hab ich echt keine Lust mehr auf die Challenge. Weißt du, weißt du, Registil? Krieg schnell Platt, es hat sich selbst schon gebracht. Aber ein Remoreit mit Akfaknarr bringt mich grad um. Wir fangen wieder von vorne an. Ich hab mich heute an diesen verachten. Und mich auch ruhig Eddi nennen, ne? Eddi. Eddi. Ich hab mich halt auch ein bisschen für Epic gefühlt. Ich spiel jetzt das Spiel. Jenny mach mal Lay out, Jenny. Ich spiel jetzt das Spiel. Jenny mach mal Lay out, Jenny. Ich spiel jetzt das Spiel. Jenny mach mal Lay out, Jenny. Jenny hat das Lay out, Fanny. Oh, ich spiel jetzt ein anderes Spiel. Ich spiel jetzt mal Lay out, Jenny. Ach, Scheiße. Ich bin noch zum ganz normalen Hintergrund und mach mir die gewissen Fenster hin. Alles gut. Das war auch nicht ernst gemeint. Ja, ja, nee, ich mein nur. Ich zeig dir welches ich benutze. Also Overlay. Okay. Achso, ja. Das ist ja nicht wirklich ein Overlay. Ah, da ist noch 5 Stunden und 30 Minuten. Wie ist das Gefühl? Wie schön, dass man weiß, es sind wir so lange. Wiederum denk ich nicht so. Es dauert immer noch verdammt lange. Hahaha. Was willst du denn jetzt spielen? Ich geh jetzt mal auf die Terrasse kurz. Es lädt, es lädt. Dieses Wallpaper-Ding. Genau. Einfach so. Das mach ich auch. Ich nehm auch ein Wallpaper und mach dann meine Bilder rein. Dann auch noch ein bisschen cooler. So. So. Overlay lass ich dann von Pets machen. Äh, von Pat machen. Mhm. Ich mach meine immer selbst. Ich hab, warte mal. Ne, Pat kann die ganz gut. Der passt da genau auf das an, was ähm, was du hast. Ja, ich kenn das. Ich hab auch eins von ihm gehabt. Aber da war das 4 zu 3 Format nicht so ganz das, was es sein soll. Ja. Kann man das, kann ich das hier reinfügen? Ich hoffe. Ne, das funktioniert nicht. Okay. Hahaha. Ach. 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 Das ist so ein Witz, ne? Ich guck dir die ganze Zeit zu. Hm? Ach. 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 die ganze zeit zu ja aber ich habe noch nie den knopf gedrückt der welchen knopf du hast jetzt nicht verstanden das ist ja gleich okay ich habe jetzt angst ich bin aber auch nicht was jetzt los ist ein Follow-Button habe ich noch nie geklickt auch nein da kommt gleich wieder mein Follow-Sound ich erstrecke mich dabei immer jetzt bist du gefasst ja weil Jenny mal rumschreit dann du wolltest das auch haben ich weiß aber jedesmal schrecke ich mich trotzdem und der Sound ist kaputt er läuft nicht im Moment an na gut wenn ich nachher wieder mit Ken spiele ich bin nüde und kaputt und hab einen Hunger okay jetzt gleich mir kurz was zu essen holen da ich ja Hunger habe ich glaube mein Dings ist auch kaputt meine Alerts sind jetzt kaputt alle noch viel kurz auf die Toilette nicht ich war fast ja okay also danke fürs Followen auf jeden Fall Whitebeard ja passt schon aber ich glaube meine Sound sind alle im Arsch ich muss das vielleicht mal wieder einstellen ey warum funktionieren die nicht mehr ja hallo feuer du hast eigentlich nicht so viel verpasst es ging ich bin Pokémon gespielt und so wow die anderen Sachen habe ich jetzt keine Ahnung mehr deswegen nehm mal kurz noch eine Pause ich komm gleich wieder ich mach mal kurz was zu essen mach mal ich mach nebenbei eh irgendwas an keine Ahnung gut semm schuss betit ja in Shanghai zu schuss schuss krass schuss schicks in mal positiv Was ist das zu easy für dich? Ich glaube, ich glaube, das Spiel ist ziemlich schwierig. Ich sehe dich später. Okay. Hallo, ich bin Pate. Ich bin dein Freund, vielleicht, vielleicht nicht. Das Mann hat eine wirklich schlechte Vibe. So ich denke, wir sollten ihn töten. Wait, 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 wait. Er hat uns eine Soapstone. Solaire hat uns eine Soapstone. So das Mann ist wie der neue Solaire. Ja, du hast recht. Wow. Oh, das ist eine Soapnung. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020